In letzter Zeit beschäftigen wir uns im Wesentlichen mit zwei Themen, nämlich einerseits mit Gleichungen und andererseits mit Funktionen. In den nächsten Videos möchte ich mit Funktionen gerne weitermachen, weil wir uns bisher, wenn wir uns mit Funktionen beschäftigt haben, eigentlich nur eine Art von Funktion angeschaut haben, nämlich die linearen Funktionen. Funktionen sind aber noch wesentlich stärker und können noch viel mehr als einfach nur lineare Funktionen zu sein. Es gibt nämlich noch viele Arten und ich will euch ein paar davon zeigen und wofür man die eventuell brauchen kann. Im heutigen Video soll es um rationale Funktionen gehen und rationale Funktionen sind uns schon öfter begegnet, wir haben sie nur noch nie als Funktionen betrachtet. Wir haben uns schon mal beschäftigt mit direkter und indirekter Proportionalität. Bei direkter Proportionalität war unser Grundsatz immer desto mehr, desto mehr, desto mehr. Also wenn ich mein x größer mache, dann wird mein f von x, mein Wert, auch dementsprechend größer. Das ist eine direkte Proportionalität. Indirekte Proportionalität war genau das Gegenteil. Desto mehr, desto weniger. Also ich mache mein x größer und mein g von x, mein Wert, wird dabei kleiner. Das war indirekte Proportionalität. Und um diese indirekte Proportionalität geht es im Wesentlichen. Das sind nämlich rationale Funktionen. Wenn wir eine Funktionsgleichung aufstellen müssten für Funktionen, die direkt proportional sind, dann könnte man einfach schreiben, f von x ist gleich k mal x. Also im Wesentlichen eine spezielle Form von linearen Funktionen, wo unser d 0 ist. Bei indirekter Proportionalität sehe ich, dass mein x immer im Nenner steht. Das heißt, unsere Funktionsgleichung, wenn wir so eine aufstellen würden, könnte irgendwie so ausschauen. g von x ist gleich k mal 1 durch x. Funktionen, die so eine Funktionsgleichung haben, nennt man rationale Funktionen. Bei rationalen Funktionen gibt es jetzt noch eine Kleinigkeit, auf die man achten muss. Unsere Variable x steht im Nenner. Das heißt, man muss bei rationalen Funktionen auch darauf achten, dass in diesem Nenner nie 0 steht. Ansonsten bekommen wir nämlich ein Problem. Und ich habe euch bisher nie genau gesagt, warum man eigentlich nicht durch 0 dividieren darf. Wenn wir jetzt die rationalen Funktionen haben und mal versuchen, so eine Funktion zu zeichnen, dann können wir anhand dieser Funktion sehen, warum man nicht durch 0 dividieren kann. Und das werden wir uns jetzt noch schnell anschauen. Für unser Beispiel jetzt werde ich k gleich 1 setzen, weil ich dann schon diese Wertetabelle von der indirekten Proportionalität verwenden kann. Ich werde nur noch ein paar Zahlen hinzufügen. Ich habe jetzt hier noch ein paar Zahlen hinzugefügt und zwar sind das Bruchzahlen 1 halb, 1 drittel, 1 zehntel. Also ich mache mein x immer ein bisschen kleiner, um einfach zu schauen, wie das Ganze ausschaut zwischen dem Bereich von 0 und 1, also in diesem Bereich hier. Jetzt werde ich einfach mal diese Punkte einzeichnen und dann schauen wir uns an, wie diese Funktion genau ausschaut. Ich habe hier jetzt meine Funktion gezeichnet und hier seht ihr jetzt eine rationale Funktion. So schauen rationale Funktionen meistens aus. Die zeichnen sich einfach dadurch aus, dass es eine Stelle gibt, wo sie sehr groß werden. Und das ist auch der Grund, warum im Nenner nie 0 stehen darf. Ihr seht schon, ich habe da die Stelle 1 zehntel, was schon relativ schwierig zu zeichnen ist. Und da wird unsere Funktion einfach sehr groß, wenn ich eine sehr kleine Zahl im Nenner habe und durch eine sehr kleine Zahl dividiere, kommt eine sehr große Zahl raus. Und je kleiner ich diese Zahl mache, desto größer wird das Ergebnis. Und ihr seht schon, wie hoch oben das da ist und wir sind erst bei einem 1 Zehntel im Nenner. Wenn wir das jetzt immer kleiner und kleiner machen, 1 Tausendstel, 1 Hunderttausendstel, 1 Millionstel, dann geht das immer mehr gegen 0. Dann wird die Zahl immer kleiner und wenn wir dann bei der 0 ankommen würden, wären wir im Unendlichen. Und so haben wir gesehen mit Hilfe von rationalen Funktionen, warum man nicht durch 0 dividieren kann, weil dann unendlich rauskommen würde. Und wenn unendlich rauskommt, dann gibt es ein Problem. Deshalb niemals durch 0 dividieren und immer auf die Definitionsmenge achten. Das soll es schon mal gewesen sein für die rationalen Funktionen. Im nächsten Video zeige ich euch dann noch einen weiteren Typ von Funktionen, nämlich die quadratischen Funktionen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und jetzt wie immer. Funktionen.